Willkommen in diesem schicken Ford Kuga Titanium 2x4 Turbodiesel mit Partikelfilter. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bismarck. Der Motor dieses Kuga ist schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß und Partikelfilter gibt es eine günstige Kfz-Steuer. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar. Hier sitzen sie hoch, hier steigen sie hoch ein. Das ist äußerst bequem. Haben gedunkelte Scheiben hinten, sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Die 17 Zoll leichtmetallfähigen und erstreichen den Offroad-Charakter dieses Titaniums. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Beheizte Sportsitze mit Lederstoffpolsterung bieten viel Seitenhalt. Fußmatten und Einstiegszierleisten gibt es bei uns dazu. Für Sicherheit sorgen 6 Airbag, ABS und ESP. Nebellampen vorne und die heizbare Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sichert bestes Wohl für Klima. Zum CD-Radio von Sony gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosfilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Muskulös, sportlich und dynamisch. Mit diesem Kuga werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen 2 Jahre Garantie. Europaweit. Erweiterbar auf Wunsch bis auf 5 Jahre. Kommen Sie doch vorbei und fahren Sie in einfach mal Probe. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss!